so ich muss tatsächlich die eine lösen um das einfach noch mal besser zu justieren aber jetzt wisst ihr ja wie ich ja schon mal einmal gesagt hatte hier damit ihr hier so ein bisschen justieren könnt jetzt haben wir die halt nur so ein bisschen locker gemacht jetzt kann man sagen jetzt hat man das hier so schön zum ausrichten zum ausjustieren und mal gucken jetzt passt das schon mal warum ich gleich kurz mal die nächste damit war das schon mal so haben dass das passt lieber dass die und die beiden muttern ach ja siehst du stecken wir die hier schon mal durch muss auf jeden fall noch mal raus jetzt mache ich hier gerade wieder vor freude ein durcheinander wie immer aber wir kriegen das schon hin so das heißt die kann jetzt erstmal hier so ein bisschen hin und her schwammeln hätte ich jetzt nein sollst du nicht darfst du nicht lappen hier drunter packen ich habe keinen bock dass die schöne arbeit ruiniert wird hier von 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 dem der das gemacht hat ja genau jetzt machen wir das so dass wir die jetzt hier eine nach der anderen lösen wir brauchen ja die unterlegscheiben weil wir selbst sichern den muttern brauchen wir drinnen keine seien und und das wird ja alles von das ist eigentlich eine arbeit für zwei leute sag ich euch wie es ist das war denn jetzt halt mal von innen an was soll ich jetzt machen keine andere möglichkeit jetzt gedacht gehabt er hat mir reichlich schrauben eingepackt aber ich merke schon wieder ich bin wieder unruhig nervös hüppelig aber das ist halt meine behinderung ich bin halt so emotionaler mensch wenn er sich auf irgendetwas freut dann kann ich kaum meine emotionen zurückhalten okidoki jetzt haben wir noch eine einzige unterlegscheibe und wird wird man sagen arbeiten jetzt erst mal hier weiter haben wir also zum ausjustieren jetzt jetzt so kommt die gerade rein ist das hier rutschig ist gleich die nächste und jetzt können wir von der seite festschrauben und dann drauf festmachen und dann festmachen mal eins mal zwei festhalten feste drücken wichtig ist nicht anreißen sondern nur fest nicht dass die schraube abreißt dass ihr euch noch irgendwie eine dalle reinhaut oder kratzer oder sonstiges perfekt hinter das wie diesen staub hier das ist bündig hier ist auch alles okay einfach jetzt alles nur was hier so ist diese ganze fliegen scheiße und hier so rum fliegt aber da kann ich nichts für hier sind jetzt alle drei ohne unterleg scheiben hier muss ich jetzt natürlich noch eine noch mal hier weg nehmen damit das identisches noch mal lösen ich habe jetzt den perfekten namen für mich ich nenne mich jetzt hinterhof bastlerfuscher keine ahnung hat die selbstsichernden muttern sind gut gut ja das mit der zigarette leute tut mir leid aber das bin gelegenheitsraucher und manchmal da ist das einfach wie so eine Entspannung dann habe ich die vorne nicht so fest gezogen damit ich das alles schon ausjustieren konnte ja und wie gesagt das sind alles gebrauchte ersatzteile hier auch das knieblech ist gebraucht es ist halt nur und mein kumpel vernünftig lackiert worden nichts dosenlack oder so ein scheiß das ist richtig professionell gemacht worden ein bisschen muss ich noch mal das ziehen da so das ist jetzt das fertige ergebnis machen wir noch hier diese ganzen ein paar sachen weg so sieht das ganze jetzt hier aus und jetzt wollen wir mal gucken dass wir das als moped verbauen als moped so 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 so